Das Wirtschaftsmagazin Forbes erhebt schwere Vorwürfe gegen Helium, so sollen sich Führungskräfte und deren Freunde an dem Projekt auf Kosten der Nutzer bereichert haben. Als Peoples Network soll Helium ein globales Netzwerk für das Internet der Dinge schaffen, unter anderem wechselte man dafür kürzlich zur Solana-Blockchain. Nutzer sollen durch das Meinen der Kryptowährung vom Erfolg des Netzwerks profitieren, konkret erfolgt das über Geräte, die vom Aussehen einem Internet-Router ähneln. User tragen zur Netzwerkstabilität bei und bekommen im Austausch dafür anteilig HNT-Token gutgeschrieben. Nun erhebt ein Bericht des Wirtschaftsmagazins Forbes schwere Vorwürfe gegen das Projekt. Heliums Führungskräfte, Mitarbeiter und deren Freunde sollen nach dem Launch im August 2019 knapp die Hälfte aller Mining-Geräte erhalten und so 50% der Token erzeugt und gehortet haben. Diese Information habe man der übrigen Community vorenthalten, heißt es weiter. Diese fühlt sich hinter Gang und redet von Betrug, vor allem hinsichtlich des Minings. Zahlt man zu Hochzeiten, aber für ein Gerät bis zu 800 Euro stehen vielerorts die Belohnung weitestgehend still. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bininger in der Mittelfahrt. Das war's für heute. Ich bin Käu.